hallo und willkommen zur heutigen folge blenders coaster auf den anderen david gantt tv leute heute gibt es mal wieder eine timelapse und heute werde ich ganz einfach ein neues gebäude bauen und ja jetzt habe ich jetzt mal 300 genommen ich hab dir jetzt von 30 minuten auf zehn minuten runter getrimmt und das ja denke ich mal ist eine ganz angenehme geschwindigkeit ich merke zwar ist es ein bisschen schnell aber da denke ich mal sollte das nix ausmachen ja ich habe heute kein thema zu besprechen deswegen würde ich sagen leute wünsche ich euch viel spaß mit der musik und noch viel spaß mit der timelapse tschüss ja 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 х j mala ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.